hallo und willkommen zurück zur seltsamen brigade im jenseits drückst du ich dachte du wechselst charakter oder hast du das bekommen das war kein langes level aber auch nicht so schnell erledigt keine tränke und 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 I'm reloading. A welcome we supply. Spawn gleich oben. Ich weiß nicht was du willst. Ich sag's nur. Ich weiß nicht was du willst, ich kann dich nicht verstehen. Ist das hier nicht schon oben? Nein, über uns, da wo wir nicht hingekommen. Ah. Ah, da sind sie. Ah, muss nachladen, aber der eine ist eingefroren. Okay, beide tot, sonst haben wir auch die einzigen. Kann ich ihn einfrieren? Ja, klar. Warte, du hast... was? Okay, cool. Ich hab meine Eisgranate, die würde ich dann auch gleich benutzen. Oh, shit, der will zu mir. Ja, das ist dann doch wieder eine Summere. Okay. Let's go. Okay. Nun. Gut, dass du Eis in deiner MP hast. Hä? Eis und Feuer? Es ist die Eiskaltgalaxie hier! Ach ja. Der hat ja reichlich Fantasie. Ach, da ist ne Waffenkiste. Ja, ich bin mir grad unnunzig, aber wenn man hier nochmal runterkommt. Ah, hier vielleicht? Vielleicht auch hier. Ja, schaut richtig aus. Heiltrank wäre geil. Echt? Ja, hier ist ja einer. 500 Gold wären geil. Oh, sehr schön, die hast du ja liegen lassen. Oh, das ist ein Despawn. Die hab ich liegen lassen, wirklich? Siehst du die immer mal, wo ich sie schon drin hab, ETF? Ja, und dann sind sie plötzlich einfach Despawned. Ach so, ich soll dir das Zeug kaufen. Ich mein, wenn du keine Waffen benutzt, ich... 500, ja, okay. Hast du dir zwei Leisten, oder haben wir nicht genug Krone? An sich schon, aber warum mach ich denn damit? Es ist sogar die, die super stark ist, die Oddlay. Ich hab doch meine geskillte Waffe, ist die nicht gut. Ja, schon ganz okay, aber... Naja. Ich hab das Gefühl, die haben mehr Damage. Wo geht's hin? Ja, weiter. Aber noch einen Drang. Ich hab das jetzt nicht so viel eingefroren, wie ich dachte. Gleich wieder so ein ebenen Problem. War es zu weit unten. Keine Ahnung. Wretched kurig! ist dir jetzt super inklusive nach Abondung. Ich komm nicht der Kisten Wenn das kommt. Ich bin 경UND, gerne in. Ah, fuck. Ach, okay, gleich beide haben mich dann. Damage. Sehr gemein. Ist du voll? Was? Ach so, wir kommen eh nicht mehr zurück zum Drang. Ah, ah, okay, der Vorwurf. Hä? Let's go. Ja. Ja. Und find your final doom. Let's put an end to this evil, once and for all. Hey. Ah. Okay. I'm reloading. Noch mindestens ein weiterer. Ah, ja. Ah, ne richtig teure Waffenkiste. Ah, ja. Wie viel Geld hast du? Ah, 1641. Das ist unsere letzte Chance, oder? Wir kommen danach nicht nochmal an einer vorbei. Schauen wir mal, was drin ist. Ne Blunderbass. Du bist sicher, dass du nicht einfach ne Strophende noch als Drittwaffe möchtest? Passt doch ganz gut zur SMG und Pistole. Ja, okay, wenn du meinst. Oh, ein Blunderbass. Wie brillant. Ja, am Ende stirbst du, weil du versehentlich zur falschen Waffe wechselst und beschwerst dich dann. Seh schon, komm. Ich hab Querschläger. 120 Schuss. Naja, ist sowieso schon... Naja, gut. SMG plus. Gewehr. Ist auch ne gute Kombo. Seiter Key. Okay, wie hat das nochmal funktioniert? Wir müssen ihn wütend machen und... Oh, shit. Und dann wird er schon irgendwann gegen ne Tür hauen. Ich fände schon wieder nichts mehr. Ich glaube, er hat mich erwischt. Mit seinem komischen Strahl. Eigentlich ist das Querschläger-Gewähr jetzt wahrscheinlich effektiver als meine langsame Waffe. Oh, oh shit. Puh. Gerade noch so die Säule erreicht. Ey. Was ist die Hölle? Kann der schießen oder so? Äh, er kommt so Zeug aus seinem Maul. Na ganz so. Ja. Bin gleich da. Hoffe, dass er nicht nochmal schießt in der Zeit. Okay. Also sobald der Balken voll ist, wird er die Tür öffnen, denke ich mal. Holy shit. Nahkampfangriffe macht er auch. Okay. Shit. Ah, die Säule. Oh mein Gott. Lass mich doch mal in Ruhe. Warum Säule müssen ja auch kleine Gegner sein. Ich kann nur nicht auf alles gleichzeitig gucken. Sollen die uns heilen? Ähm. Oder so. Ich benutze mal meine Eisgranate daneben. Schaden. Ähm. Aua. Äh. Hä? Hä? Standest du da nicht gerade noch? Ich bin sehr verwirrt. Ich bin weggelauft, weil hier so viel los ist. Ah. Oh mein Gott. Okay. Er hat mich gesprengt. Er benutzt nicht nur Laser, sondern auch manchmal sowas wie Kugeln. Wo bist du? Wo bist du? Warum sehe ich das nicht? Äh. Äh. Ich bin neben einem Feuer und du bist neben einem Rucksack. Äh. Toll. Das sagt mir so viel. Ja. Wo bist du? Da. Da ist Feuer. Äh. Ja. Das sehe ich. Wo bist du? Da sehe ich keine Schüsse, ja? Tapped in a coffin. Ich bin verwirrt. Der ist doch Feuer. Nicht der sagt. Nicht der sagt. Da ist doch Feuer. Aua. Ja schon, aber es ist weiter weg. Irgendwie ein kleines bisschen. Ja, das sieht richtig aus. Es leuchtet ja sogar. Mein Gott, Alter. Ja schön, das sieht man aber nicht auf die fünf Kilometer Entfernung. Ja toll, jetzt habe ich da winzige kleine Gegner umgebracht. Ich habe keinen Tag mehr. Ich bin jetzt beim Feuer. Wahrscheinlich das andere. Ja. Äh. Wünscht mir Glück, dass ich es scha- Oh, das ist unmöglich, Dennis. Ich glaube, wir müssen neu starten. Oh. Ich habe auch keinen Trank. Ich hatte einen, aber ich wusste nicht, dass ich versichere. Warum hat man immer alles gleichzeitig? Das sind wahrscheinlich auch wieder Schüsse, gegen die man schießen muss oder so. Eins. Bei dem haben wir das nie ausprobiert, gell? Eins der war nicht. Und ich habe echt keinen Bock, dieses Rätsel nochmal zu machen. Oh, und ich habe sogar das Fährschlägergewehr immer noch von vorhin. Das ist gut, dass das gespeichert ist. Ja, das hast du ja auch von vorhin. What a brute! Truly a beast of the apocalypse. I don't mind telling you, I think the brigade might finally admit their march. Alter! Oh my life, I've been destined for one bit. Now I know what this is going to happen. Okay, warte. Auf seine Haut hat er gar keinen Damage bekommen. Es muss alles im Mund oder auf die Augen sein. Es ist echt ein bisschen nervig. Muss das so. Ähm, okay. Ach, okay. Die Säule kann den Beam auf jeden Fall abhalten. Ja. Ach, shit. Das geht halt weg, ihr Gegner. Geht weg! Er braucht auch so lange um voll zu sein. Das ist auch natürlich ein bisschen nerviger. Oh mein Gott. Warum muss ich noch nachladen? Hab ich das nicht gerade schon? Ich hab ja kaum Zeit zu ihm zu gucken, weil die ganze Zeit Knirpse im Weg sind. Er wird da gleich drauf drehen. Ja. Ja. Huh! Okay. Schon. Wir haben ihn fast! Oh! Shit! Was? Ich hätte... Egal, konzentrier dich drauf! Oh, das ist glaub ich so gut. Du bist auf der anderen Seite. Okay. Weird. Ich hab das... Ja, also er ist kurz davor, dass er eine Tür öffnet. Gut, dass da ja überall welche sind. Wir werden ja auch alle öffnen müssen, glaub ich. Oh mein Gott, nein, das überlebe ich nicht. Was genau denn? Er hat den seinen Nahkampf-Move gerade. Ja, aber du... Dann lauf doch weg. Das ist das... Der... Lauf doch ewig, bis er das macht. Ja, ich bin dann durch Gegner gelaufen. Nein, jetzt schon wieder... Ich hab gerade ihm den letzten Schuss verpasst. Der Balken ist rot geworden. Siehst du ja? Und in dem Moment kam von... Schon wieder irgendein billiger Bullshit-Gegner neben mir. Geht zu der verdammten Tür. Wir brauchen... Ja, ich weiß nicht. Ich stand gerade von der Tür und bin dann weitergelaufen, als er geschlagen hat. Weil ich dachte, dass das dann so weit hinhaut. Ja, hallo? Ich sehe keine, die offen ist. Okay. Okay, es kommt jetzt erst. Das ist nett gemacht. Hast du noch einen Trank? Hä? Ich... Ich hab meinen nicht verwendet, also... Okay, gut. Ich hab auch noch einen Trank. Oh mein Gott! Äh... Was war der Literalien hier? Wie ging das jetzt hier nochmal? Ich glaube, wir müssen die Dinger anschließen. Oh! Wo hab ich gerade? Aber sie schießen zurück. Ja, das tun sie. Okay. Soll ich das davon aufhalten, drauf zu schießen, oder wie? Ich bin jetzt gerade komplett schwarz-weiß, also... Ja. Im Moment hält es mich da... Also ich schieße ja drauf, aber... Wissen Sie sicher, dass es was bringt? Oh, okay. Sie sind zugegangen. Ich zieh mir mal die Energie dahin. Ich hätte sie gern gezogen, aber... Oh nice. Oh mein Gott! Scheiße! Ich hab komplett vergessen, dass das passiert. Riss, Mann! Meine Eisgranate. Okay, schade. Was? Ich mach so wenig Schaden mit dem Ding? Okay. Nein, schuss. Toll. Ich bin jetzt schon genervt. Guck mal, ob sie hier hinten hinschießt, oder ob ich einfach aus der Entfernung schneifen darf. Aua! Lass mich durch! Lass mich durch! Solange sie dich im Visier hat, kann ich hier in Ruhe zielen. Finde ich ganz angenehm, muss ich sagen. Komplettes Magazin getroffen. Halla. Ich kann hier die Kleinen einfrieren, wenn ich sie treffe aus der Entfernung. Also mehr als ein Drittel müssen wir, denke ich, eh nicht machen. Roll einfach weiter und... machst du gut. Alter. Glaublich so überhaupt gar kein Leben mehr, das ist unglaublich. Also entweder war es gleich die komplette Hälfte... Ah, okay, okay, jetzt bin ich weg. Oh, shit! Ich spawne, glaube ich, irgendwo in Dananeh. Ich bin auf jeden Fall da, wo die Armutrische ist. Oh mein Gott! Ich drück doch, Kuh! Oh, okay. Äh, ich bin direkt gestorben. Ja. Ah, hier bist du, Renner. Alter. Ihr, dass ihre Ding so verzögert, das ist echt scheiße, weiß ich, rolle raus und dann trifft mich aber der letzte von den fünf. Ich hab doch gerade der kleine Typ umgebracht und nicht der an ihren Dinger. Ja, das kann sein. Ohlala, okay, das hab ich überlebt. Gut. Schau mal, müssen wir sie halb machen, das ist gut, das heißt es gibt nur zwei Runden. Denk ich mal. Äh, warte, meine Munition ist alle! Ah! Ah, okay, interessant. Deren Schüsse können auch dagegen gehen, was eigentlich lustig ist. Ohlala, boah. Da! 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 Ah! Nochmal! Bin wieder dort! Nochmal! Nochmal! Jetzt kommen Mumien dazu. Am Ende, er weckt hier noch so ein Champion, ey. Ich... Okay, wir haben's gleich! Da! 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 sind ja leute auf den verdammten ding an da oben ich schieße die mal kurz weg ich muss gerade irgendwie muss der amok ist ja das ist ja ja die amokiste durchgebart ist nervig dass es nicht ist jetzt bin ich auch leer hier liegt sogar noch trank rum auch geil ja also hier sollte es eigentlich ganz angenehm sein solange wir weit genug voneinander entfernt sind dass wir ja gerade sowieso so lange ich kann solange darum deutsch und ich fernkampf machen kann sehr angenehm also greift ja anscheinend den an der quasi am nächsten an hier ist ja ab und zu kommen so knirpst du zu mir rüber das ist ein bisschen nervig aber ok du schieß mal macht immer weg ja danke entschütze keine glücklicherweise die euro bringen das ist gut das ist aber echt unglaublich wie viele magazine die verträgt glücklicherweise haben wir ja nicht aber hier gibt es zwischen speicherpunkte nicht dass wir das komplette level wiederholen müssen bei einem und dem auge hoffst du an sich auch letzter schuss letzter schuss okay okay also wir haben hier einen trank und wir kommen nicht mehr zurück willst du trinken okay dann können wir uns voll heilen auch wenn es nicht viel unterschied machen wird das sind glaube ich drei phasen weil da ist auch eine plattform da sind wir können sogar waffen kaufen auch nur eine billige aber nämlich gern 90 ist auch noch mal ein trank wenn wir nicht mehr zurückkehren werden aber was sonst aber wir werden nicht vergessen so Ciao.